Das war Möwisch. Die belgische Küstenstadt de Panne hat einen Möwen-Imitationswettbewerb veranstaltet und er hat gewonnen. Ich bin immer noch etwas überwältigt, aber sehr glücklich, hier zu gewinnen. Ich studiere Theater und wir mussten ein Tier suchen und ich war einfach fasziniert von der Möwe. Und hier nochmal der beste Möwen-Imitator des Tages.